aufnahme läuft so größe ich habe jetzt einfach mal den aufnahmeknopf gedrückt munkman der torpedo und der darkmoon hier schaut euch mal die dds an ja wir haben 2467 auf unserer seite sechse auf der anderen warum weil es spaß macht warum und vor allem ablösen zwar einfach ausschießen das bürgermeister die kann ohnehin die richtig gut wenn wir so weiter die überdurte oder dort Prozent die Spielfrau ist 6,3 ich bei 5,7 ich bei 13 3 8 durch andere kapitän truffer ich hab mal ein kapitän aufhören das steht dann für eine galant autos vorgekommen ist aus der he laden auf jeden fall was ist die wandern ist das kein also ich finde das habe ich noch nie erlebt also so viele dds also ich habe also 13 dds in 7 7 dds und habe ich ein einziges mal erlebt ich bin jetzt so rufen also die bra bingst du wagen hallo ist denn dann lasst uns immer kaputt schießen er sucht da schon mal das weiter so ist auch noch die loggen gang wieder ist er kann hier 2,5 kilometer sie und verbraten gekriegt alter dieser wasser den schießen die treffe ich ja nicht der top ist doch in japan asiatische hat er hat ja alle draußen oder es kommt dann jetzt noch was ist ein panasiatische was willst du er kann nichts machen wir machen wo mein freund alles klar kommt auch noch schießen wir den drehen was so flach liegt ja im wasser aber jetzt verschießt was gut oder genau ich versenkt hier und man hat ein torpedo gefressen und die vorsorg der hat bloß noch da kann man nur immer gemeinsam ausnehmen und zutritt auf und zerstörer auf und auf eine cool wie getaubt hat ja fand ich auch cool ich bin begeistert da ist noch einer in elf kilometer in der von dem anderen was raus mit brach mobiläre von frischfutter sechs kilometer laufen die top auf die belehre von davon aber hier ist dann auch so ein schießer käse ja das ist die afghanische ist auch dies auf karte der die von schon gefeuert wenn heute mal da top sind die haben unsere v gekillt Ob der Vampire Strikes Back Ich kann mir vorstellen, die Spiele von der Belehrer vorhin, wie die gerade auf weht, dass sie durchhauen. Ja, ich wusste, dass auf mich schießt. Und wiederum macht es mich kaputt. Äh, da. Oh, fast. Wo die hier? So, vorne die... Äh, ist halt doof, dass sie wegfahren. Ja. Oh, okay. Oh, scheiße. Ja, das war... Äh, das ist so ein kleiner Einwurf jetzt mal gewesen. Äh, äh... Äh... 8.828 Schaden und zwei Schiffe rausgenommen. Eben Brand. Boah. Also, ich war jetzt echt ziemlich verwirrt in der Runde. Minus, Minus eingefahren. Nicht mal genug Zeit gehabt, um, äh, Plus einzufahren. Das ist... Also, ich bin trotzdem im Mittelfeld, ja, obwohl ich jetzt viele Schiffe rausgenommen habe, ja. Mein Witz. So viel gegen das Schiffe hier noch drinnen, wirst du nicht mehr rausnehmen können. Ja, ist aber irgendwie gerade... Aber auch 61.000 Klasse war. Äh... Ein kleiner Einwurf gewesen. Äh, da... Sieben, vier, sechs CDs und alles. Ja, dann auf jeden Fall wieder in der regulären nächsten Runde hört man sich wieder. Ciao. Ist doch ein Brite jetzt satt, ne? Was? Das sind Brite. Ich glaube ja. Dann sag mal alle Tschüss. Tschüss.